Mein Name ist Charlotte Grob, ich lebe im Zirioberland und bin 65 Jahre alt. Ich habe schon seit Jahren kein Festnetz mehr. Jetzt bin ich gerade aus den Ferien zurück und statt Zeitungsabo umzubestellen, Preiseführer einzupacken, Landkarten mitzunehmen, habe ich sämtliche Informationen inklusive Ticket für die SBB auf meinem Smartphone gehabt. Ich habe kein Portemonnaie gebraucht, sondern habe alles finden können. Das ist natürlich mega lässig und eine grosse Erleichterung. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Menschen zu begleiten, dort wo es um Digitalisierung geht. Wenn die Kunden zu uns kommen, sind sie begeistert, dass sie jemanden haben, den sie dort begleiten. Und diese Begeisterung zeigt sich auch, indem sie das, was sie gelernt haben, im Alltag anwenden. Ich denke, mit den neuen Anwendungen, die ja ständig neu entwickelt werden, ist es wichtig, dass man sich up to date behält. Aber dann gibt es Gott sei Dank Menschen in meiner Umwelt, die mir zeigen, wie die Anwendungen gehen. Und das erleichtert einfach vieles. Wenn man einmal angefangen hat mit dem Smartphone, dann geht es nicht mehr ohne. Und dann geht's das, was ich wieder bes cuerpobrosieren. Und das ist wiederum. Und das ist wie wichtig das, was sich drauf macht. Untertitelung des ZDF, 2020